Wir konnten dank der A&M im letzten Dreivierteljahr drei Elektroniker einstellen, hatten über 20 Anfragen und Tendenz immer noch steigend. Mit den klassischen Wegen hatten wir keinen Erfolg. Wir hatten versucht, Radiowerbung, Zeitungswerbung, Autowerbung, Banner irgendwo hinzuhängen. Allerdings null Erfolg. Das wurde mit der A&M geändert. Mein Name ist Jan Pfennig aus Hoyerswerda von der Firma ElektroPennig. Bei uns arbeiten momentan sechs Mitarbeiter. Wir sind ein Familienunternehmen in dritter Generation und arbeiten vorwiegend im privaten und gewerblichen Bereich. Die Herausforderung war die steigende Auftragslage, in Rente gehende Kollegen. Es kam keine neuen nach. Somit mussten wir uns auf die Suche machen, wie wir neue Mitarbeiter gewinnen. Und aufgrund dessen kam ich zur A&M. Ein weiterführendes Problem war die größere Nachfrage nach Photovoltaikanlagen. Und um die Aufträge anzunehmen und abzuarbeiten, brauchten wir neue Mitarbeiter. Ich bin auf die A&M aufmerksam geworden, indem ich online nach Stellenanzeigen gesucht habe oder wie man die erstellen kann. Und habe dann von einer anderen Firma eine ansprechende Stellenanzeige gesehen und habe mich dann gefragt, wie wird die erstellt, wer bearbeitet die, wie kriege ich sowas auch hin. Die Strategieberatung mit der A&M war sehr positiv. Die Terminfindung war unkompliziert. Der Termin war auf dem Punkt informativ. Fragen wurden geklärt und Zweifel wurden gut beseitigt. Der Ablauf der Zusammenarbeit mit der A&M war sehr gut. Vom Erstgespräch bis zur Veröffentlichung der Stellenanzeige wurde alles detailliert besprochen, geklärt. Änderungswünsche wurden ohne Probleme eingearbeitet. Besonders herausgestochen hat die ehrliche Art, offenlegen der Zahlen, was es kostet, mit was man rechnen muss, nach wie vielen Monaten man ungefähr einen Mitarbeiter einstellen kann. Zum Anfang konnte ich es nicht glauben, aber es hat sich dann Gott sei Dank bewahrheitet. Die Bewerber haben den Bewerbungsprozess sehr gut wahrgenommen nach Rückfrage. Sehr einfach, ohne großen schriftlichen Lebenslauf, Bewerbungsunterlagen einsenden, sondern per Telefon unkompliziert geklärt. Die fanden das sehr gut. Die Benutzeroberfläche, also die A&M Cloud, ist sehr übersichtlich. Die App funktioniert gut. Man hat eine Übersicht der Bewerber. Man kann die Bewerber dann rausstreichen, eingrenzen, die Kontaktdaten sind gut hinterlegt. Das macht es sehr übersichtlich. Die Bedenken waren, dass wir wieder keine Mitarbeiter finden, mehr Zeit investieren, dadurch wieder mehr Kosten haben und das nichts bringt. Aber ganz das Gegenteil war der Fall. Ich habe mich für die A&M entschieden, weil es ein sehr verlässlicher, professioneller Anbieter ist. Alles, was gesagt wurde, wurde eingehalten. Vom Erstgespräch bis zur ersten Stellenanzeige bis zur ersten Einstellung. Alles top. Der Vorteil war, dass wir unsere Aufträge gut abarbeiten konnten, es nicht zu stressig war. Wir konnten neue Aufträge annehmen, neue Full-Level-Hike-Aufträge abarbeiten. Und das Firmengefüge wurde dadurch auch sehr gestärkt. Am meisten überrascht hat mich, dass, wenn Termine waren, dass die punktgenau eingehalten wurden von der Zeit her. Wenn ich Probleme hatte, konnte ich jederzeit anrufen. Die wurden zeitnah sofort bearbeitet. Bei der ersten Einstellung gab es sogar ein kleines Präsent von der A&M. Und ja, das fand ich sehr gut. Ich würde einer anderen Person sagen, dass die A&M komplett empfehlen kann, dass diejenigen sich das Erstgespräch auf alle Fälle anhören soll und das auf alle Fälle machen soll, weil das definitiv Erfolg hat.